Aha. Und was ist das? Also Familientag, das ist eben wenn z.B. die ganze Familie heruntergeht und die Leute jetzt ins Museum. Aha. Mhm. Aber eigentlich kann ich das gleich mit dem Lied noch erklären. Lied? Oh, das habe ich im Fall mega gegeben. Das kann ich so gut. Also es gäbe dann einen Teil in dem Lied, da könnte man mitmachen. Da sage ich 1, 2, 3 Familientag, dann würde ich alle machen. Familientag, Familientag. Das kann ich. Das kannst du eigentlich mitnehmen. Aber ich will auch nicht machen, ich habe das super gut. Du kannst das gut. 1, 2, 3 Familientag. Familientag, Familientag. Ja, ja. Es ist jetzt wenn wir die Stärkung natürlich intakt. 1, 2, 3 Familientag. Familientag, Familientag. Du kannst nicht. Ich weiss. Mach das mal alle miteinander. Schaut, wenn wir uns das entbrücken. Da kann es ja lieber schon. Ah, das ist super. Also es ist eine Probe. 1, 2, 3 Familientag. Familientag. Familientag, Familientag. Familientag, was ist denn da? Keine Ahnung. Familientag, werden die Hosen nass? Ehrlich? Alles. Familientag, wir sind ja gar nicht draussen. Ah. Familientag, wollen wir das wissen? Ja. Familientag ist ein einfaches Wort. Familientag, das versteht unser Wort. Am Sonntag haben ja die meisten Freude. Und jetzt wird es da an den Ruhm. Du bist also etwas mit Fickschrei. Wer weiss vielleicht. Familientag, das bedeutet, dass wir den Kindern heute etwas bieten. Jetzt kurz achten. Unsere Augen der Familie kommt auf den Garten. Ein, zwei, drei. Familientag. Familientag, familientag. Da! Die Kumpel über den Garten hockt. Familientag, familientag. Wer kommt ja daواflig vom Familie dort. Familie dort, familientag. Familie dann kommt Familientag. Familientag, familientag. Hallo, Familientag. Hast du noch etwas zu messen? Nein, Frau Ufa, hast du schon etwas vergessen? Wir sind im Museum und die ganze Zeit da. Das stimmt. Verzählen, schicken, vielleicht auch ein Saar. Ehrlich? Familie, doch, da kannst du wieder singen. Vielleicht sogar. Mit Witz mit Heimbrändchen. Achtung, eins, zwei, drei. Familie, doch! Familie, doch! Die Gruppen über den Garten hoch. Familie, doch! Familie, doch! Wer kommt mit an Familie, doch? Familie, doch! Familie, doch, Familie, doch! Familie, doch, Familie, doch! Familie, doch, Familie, doch! Die Gruppen macht ein Mittagsschläfchen. Auch Familie, doch!